Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger! Gut, Rüdiger! Liebe Haterschaft, liebe Kasper, liebe Mullen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute bei einem Classic und zwar geht es um einen Einkauf von Reini. Ich habe festgestellt, es gibt mehrere davon. Bei einem sitzt er auf der Zarencouch und verteilt das Eingekaufte vor sich. Das ist, glaube ich, das Bekanntere. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das andere heute mal zu interpretieren, zu bearbeiten. Und das hat eine ganz spezielle Perspektive. Reini hält nämlich dabei die Kamera in der Hand. Und wie immer filmt er hauptsächlich sich selber. Es sieht etwas skurril aus, aber damit werden wir klarkommen. Und ich finde, dabei sollte man auch etwas Besonderes machen. Es gab schon mal den Kalorienzähler. Es gab, glaube ich, auch mal den Kostenzähler. Aber ich möchte das etwas anders machen und zwar mit der Ernährungspyramide. Ihr alle wisst, wie die aussieht. Dass man möglichst viel Wasser trinken sollte. Danach kommen die gesunden Lebensmittel und die hochverarbeiteten, sehr süßen, sehr fetten Lebensmittel. Und denen sollte man ganz wenig nehmen. Die sind an der Spitze. Doch bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video starten, wollte ich erstmal zur Auswertung meiner Community-Posts gehen. Da habe ich ja einige Umfragen gemacht. Es gab zum Beispiel die Umfrage zum 1000-Abo-Special, was ihr da sehen wollt. Das ist ja mittlerweile passé. Das gibt es ja schon. Könnt ihr euch gerne anschauen. Aber ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass ja eine Antwortmöglichkeit fehlte. Deswegen gab es diese Umfrage. Und man muss eindeutig sagen, mit 70% hat Duoga komplett großgeschrieben gewonnen. Ziemlich eindeutige Kiste. In der zweiten Umfrage ging es dann um Reinis Ankündigungen, dass er verschwindet. Und ich habe die Frage gestellt, wann er denn wiederkommen wird. Ich nehme dieses Video jetzt am 13. auf. Es ist schon ein bisschen her, wenn es ausgestrahlt wird. Ich versuche halt immer, Matt vorzuproduzieren, damit ich jeden Tag wenigstens eine Kleinigkeit raushauen kann. Zu diesem Zeitpunkt könnten wir auf jeden Fall schon mal ausschließen, dass es ein April-Scherz war. Am 1.4. kam dann nicht die große Überraschung, in Klammern, das Unbesiegt-Video. Am meisten abgestimmt wurde mit 43% für der Narzissmus-Kick, dass der Aufmerksamkeitsdrang durchschlägt. Und er wieder zurückkommt. Das Datum, was ich da angesetzt habe, war der 7.4. Das war vielleicht ein bisschen eng. Ist jetzt auch schon fast eine Woche her. Ich glaube aber, nach dem, was man auch vom Discord hört, wie er da rumwaget, seine Drachis da ankackt, die für den Discord bezahlt haben. Es scheint nicht mehr lange zu dauern. Also meinem Empfinden nach dürften die Leute, die hierfür gestimmt haben, wahrscheinlich am ehesten Recht bekommen. Dann mit 2% wurde abgestimmt, dass sich Reini wirklich bis zum 01.01.2025 zurückzieht. Muss ich sagen, das finde ich auch ein bisschen naiv, das zu glauben. Gut, vielleicht kommt es so, aber halte ich nicht für wahrscheinlich, dass er bis zum 01.04. oder bis zum 01.01. ins Gefängnis kommt. 21%, das können wir ja mittlerweile auch ausschließen. Es gibt ja Hater, die waren vor Ort, beziehungsweise auch an seinem Zimmer wohl und konnten berichten, dass er da ist. Genauso ist er ja weiterhin im Discord und soxt die ganze Zeit WoW. Also das ist aus dem Gefängnis nicht möglich, wenn man da auch wohl keinen Internetanschluss hat. 21% haben, ihr merkt, ich habe gelernt, Duoga und naja, den kann ich auf jeden Fall sagen, die haben definitiv Recht. Die neueste Umfrage geht hier dann zu dem Thema Special zum 1510. Abo, also 1510. Das läuft zu diesem Zeitpunkt noch, bis halt die Menge mit Abos erreicht ist. Aber es gibt ja natürlich trotzdem schon nette Kommentare dazu. Hier von einem mir völlig unbekannten Furchenlurch, zeig deinen Hintern. Ist diesmal nicht in der Auswahl mit dabei, aber es kommen ja vielleicht noch mehr Abospecials mal schauen. Ich überlege mir das. Nach diesem kurzen Zwischengeplänkel wollen wir uns aber dem eigentlichen Video widmen. Und dafür seht ihr jetzt die Ernährungspyramide. Wie schon gesagt, das Fundament, das breiteste, viel Wasser trinken. Dann Obst und Gemüse, möglichst auch frisch. Dann Teigwaren und ähnliches, möglichst aus Vollkornprodukten. Weniger dann Milch und Käse. Noch weniger, dann kommen wir in den roten Bereich. Öle und Fette. Und am aller, aller wenigsten natürlich Süßigkeiten und Sachen wie Kartoffelschips, Pommes, die auch sehr, sehr fettig und sehr, sehr ungesund sind. Nach diesem kurzen Exkurs geht es auch Nein ins Wasserbein. Wir schauen bei Rainer Winkler mit EI, in diesem Fall wirklich ganz wichtig. Und wir haben eine skurrile Perspektive. Also normalerweise skurril, weil wir sehen nur Rainer. Mittendrin, ja, man könnte das ein bisschen geschickter machen. Man könnte versuchen, die Kamera fest zu installieren. Vielleicht auch ein bisschen weiter wegzuhalten. Aber das ist vielleicht auch anstrengend und halle Arbeit. Deswegen sehen wir jetzt hauptsächlich die Eierbirne und müssen damit leben. Los geht's. Rainer, hau rein. Metal, Leute. Servus. Und ein herzliches Willkommen beim Dramat. Servus, Raini. Schöner Beginn ins Video. Du schwitzt ja kaum. Gut, ist natürlich auch hart. Du bist, wir sind in deine Küche gegangen. Hast den Einkauf reingeschafft. Kratz dich erstmal im Kopf und los geht's. Heute mal mit einem etwas anderen Video, weil ihr euch das alle immer wieder gewünscht habt. Raini, das Einzige, was wir uns wünschen, ist, dass du dich endlich aus dem Internet zurückziehst und deine Social-Media-Karriere, deine YouTube-Karriere, die ja eh schon beendet ist, beziehungsweise generell deine Videokarriere, einfach beendest. Habe ich mir gedacht. Ich mache jetzt mal ein Video von meinem monatlichen Einkauf, was ich alles gekauft habe. Wir werden mitten im Video zwischendurch mal die Location ändern. Wow, wir werden die Location ändern. Das hört sich ja spannend an. Wo wird er uns wohl hinführen? Hat er noch irgendwo eine versteckte, gefrierte Uhr oder gehen wir einfach vom Kühlschrank einen Schritt zur Seite ans Regal, weil da auch noch Sachen eingeräumt werden? Schauen wir uns das mal an. Jetzt schauen wir erst mal, was ich in Tüte Nummer 1 habe. Ich habe insgesamt drei Tüten. Und du willst uns ernsthaft erklären, dass das für einen kompletten Monat reicht? Halte ich für schwierig. Es kann natürlich aber auch sein, dass, gut, viel bestellt wird. Natürlich, das gehört ja nicht zu dem Monatseinkauf dann dazu. Weil ich zum Beispiel kaufe nicht für einen kompletten Monat ein. Das wäre auch eine ganze Menge. So, zuerst mal habe ich hier Blaukraut, obwohl das hier Apfel-Rotkohl heißt. Das ist aber Blaukraut. Bei uns heißt es Blaukraut in Frankreich. Das ist wieder was ganz Besonderes. Es ist ein Blaukraut bei euch, ja. Aber das stimmt wohl. In Franken ist das so. Für das gute Jahr Rotkohlglas bzw. Blaukraut in Frankreich gibt es dann das erste Gemüse. Obwohl man einschränken muss, ist es natürlich nicht frisch. Das Problem ist nämlich, dass dem Ganzen Zucker beigemischt ist und auch Speisesalz. Das macht das Ganze dann etwas weniger gesünder. Nichtsdestotrotz, ich verbuche es mal bei Gemüse. Danke. So, das wäre die Nummer eins. Dann habe ich drei Päckchen solche Nudeln. Und ja, ich sitze, weil mein Kühlschrank nur etwa einen Meter hoch ist. Und wenn ich jetzt stehen würde, würde ich mich die ganze Zeit bücken müssen. Und das ist auf Dauer langsam ein bisschen nervig. Reini, du schwitzt gerade schon beim Sitzen und Sachen ausräumen. Nur mal so als kleiner Hinweis. Das ist nicht nur nervig, du bist körperlich gerade am Limit. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt drei Weizenprodukte. Es ist natürlich kein Vollkorn. Das ist eigentlich wieder problematisch, weil es halt wenig Nährstoffe enthält. Aber es wurde wahrscheinlich ausgewählt, weil es das Billigste ist. So, dann habe ich Bratensauce im Doppelpack. Die war im Angebot. Jetzt heißt es wahrscheinlich, du dreckiger, du nimmst Maggi. Das ist wieder die Haterstimme, die ihm vorwirft. Ja, Reini, du bist arbeitslos. Du hast Zeit, du könntest kochen. Gut, du kannst nicht kochen. Aber theoretisch könntest du kochen. Aber es geht dir auch nur darum, irgendwelchen Nährschlamm anzurühren. Hauptsache, die Kalorien wandern rein. Weil lecker ist das normalerweise nicht, was man mit diesem Fertigzeug anrührt. Und Reini hat es mal wieder geschafft, mich vor größere Probleme zu stellen. Fertigsoßen kommen gar nicht in dieser Ernährungspyramide vor. Deswegen musste ich jetzt in stundenlanger, harter Arbeit recherchieren, auf welchem Stufe man denn solche Fertigsoßen packen würde. Ja, und sie sind ganz oben mit dabei. Die Ernährungspyramide gibt ja nur eine grobe Übersicht über die Produkte, die man am Tag zu sich nehmen sollte. Und Fertigsoßen sollte man möglichst vermeiden. Das genommen, was im Angebot war. Wenn man so viel einkauft, wie ich heute eingekauft habe, dann muss man ein bisschen auf die Preise schauen, leider. Ja, das ist klar. Wenn man bergeweise Zeug in sich reinstopft, dann muss man auch auf die Preise gucken. Nur normale Menschen essen wahrscheinlich ein Drittel oder ein Viertel von dem, was du isst und geben dementsprechend auch weniger fürs Geld aus und können sich auch qualitativ hochwertigere Produkte leisten und kaufen deswegen nicht nur Sachen von Jahr und Sachen, die im Angebot sind. Ähm, man könnte dazu sagen, ich habe für 80 Euro eingekauft im Ganzen. So. Du willst mir jetzt erzählen, was für einen kompletten Monat 80 Euro ausgegeben. Das ist nicht viel. Also damit würde ich jetzt nicht hinkommen. Auch bei geringeren Mengen. Dann habe ich noch Bolognese-Soße, ebenfalls von Maggi, weil wie gesagt im Angebot insgesamt sind es vier Päckchen. Wartet mal, ich kann meinen Kühlschrank eben zumachen und aufstehen. Ja, das sieht ja schon wieder eine harte Arbeit auf. Jetzt will er auch noch aufstehen. Und ich habe vergessen, es waren ja vorhin zwei Pakete Soßenbinder und jetzt kommen vier Pakete mit dieser weiteren Fertigsauce dazu. Spätestens jetzt sollte uns auffallen, dass diese Pyramide ein bisschen komisch aussieht. Wir haben kein Fundament. Wir haben einen kleinen Mittelbau und ja, das Dach ist sehr ausgeprägt. Es wird auf jeden Fall nicht reinregnen. Ob es hält, ist eine ganz andere Sache. Und da die Pyramide jetzt auf der Seite, zumindest oben schon mal sehr breit geworden ist, werde ich Reini mal ein bisschen nach links verschieben, auch wenn Uwe das nicht gefallen dürfte. Damit ist Reini aber schon mal nicht mehr ganz so stark von dem ganzen ungesunden Zeug verdeckt. Gut, er ist jetzt aufgestanden. Jetzt klebt es ihm quasi am Kinn. Aber schauen wir mal, wo es ihn jetzt hintreibt. Denn das ist jetzt alles Zeug, was uns in das Regal da gehört. Und zwar habe ich zwei Päckchen Weizenmehl. Das gehört hier oben hin. So, das ist das zweite Päckchen. Wie gesagt, ich habe zwei Päckchen Weizenmehl. Theoretisch, es ist wieder kein Vollkorn. Es ist schwierig, aber nichtsdestotrotz, seien wir mal gutmütig und packen das auch zu Weizen in den Mittelbau rein. Was er auch wohl mit dem ganzen Zeug kochen will. Die fertige Soße passt ja zumindest zu den Nudeln. Mit dem Mehl könnte es natürlich sein, dass er das mal wieder in die Fritteuse werfen will, um sich falsche Schnitzel oder auch Fettschwämme genannt machen möchte. Mal schauen. Ich habe mal auf Vorrat eingekauft. Dann habe ich, das müssten eigentlich zwei sein, ach ja, zwei Päckchen Kartoffelgelöse. Die kommen hier rüber. Hat alles sein System. Und ein Päckchen Kartoffelbrei. Ja, das sind auch alle Sachen, die wieder verarbeitet sind. Keine frischen Produkte. Es gibt auch gute vorbereitete Kloßmasse. Diese trockenen gehören meiner Meinung nach nicht dazu. Die schmecken nicht besonders, sind jetzt auch nicht besonders nährstoffreich. Nichtsdestotrotz drücken wir mal zwei von Reinis Hühner-Ocken zu und packen eins zu Gemüse und eins zu den Getreideprodukten. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für Klöße waren. Hier oben hin. Und ich sehe gerade, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, mir Nüsse zu kaufen. Ich wollte nämlich eigentlich Nüsse. Ja, das ist sehr ärgerlich, weil Nüsse, vor allem ungeröstet und ungesalzen, sind richtig gesund. Das wäre super gewesen. Aber leider sind nur die ungesunden Produkte anscheinend gekauft worden. Ärgerlich, Reini. Und ich bin gerade ziemlich froh, dass ein paar Sachen vor deinem Kopf hängen. Das sieht nämlich, es ist echt eine unschöne Perspektive. Das lässt dich nicht gut wirken. Man sieht sehr viel Kiefer. Sagen wir es mal einfach so. Das ist zwar eigentlich was, was die Hater sich kaufen sollten. Ganz toller Konter, Reini. Ganz toll. Aber was soll's. Okay, jetzt kann ich mich gleich wieder hinsetzen. Zunächst mal eine Monsterpackung Lenore. Ebenfalls im Angebot gewesen heute. Mal ganz kurz. So. Das lasse ich aus Gründen mal aus der Ernährungspyramide raus. Ich hoffe, dass er das nicht verzerrt. Die Spille gehört zur Spillmaschine, logischerweise. So, und? Und mir fällt gerade was auf. Heutzutage wissen wir ja auch, dass du wahnsinnig stark schnaust. Aber du bist jetzt aufgestanden von deiner Position vom Kühlschrank, hast ein paar Lebensmittel ins Regal gepackt, bist jetzt durch deine halbe Wohnung gelaufen und es hört sich an, als ob sich eine Dampflokomotive einen Berg hochquält. Wahnsinn. Ein Päckchen Kartoffeln. Okay. Das ist ja super. Das ist ein unverarbeitetes Gemüseprodukt. Toll. Das nehmen wir gleich mal in die Liste auf. Leider bis jetzt das einzige Produkt, was wirklich unverarbeitet ist und wirklich gesund. So, die Soße gehört hierhin und damit ist alles einsortiert. Was in Kiste Nummer 1 war und ein Teil von Kiste 2. Ja, der Wahnsinn, Reini. Damit ist dann fast schon dein halber Arbeitstag geschafft heute. Aber du hast dich auch angestrengt. Mein Gott, bist du am saften und siehst du fertig aus. Ja, ich schütze. Und deshalb wollte ich ein T-Shirt hier rumrennen. Rumrennen, Reini. Du hast dich auf einen Hocker gesetzt vor deinem Kühlschrank, weil es dir zu anstrengend ist, in die Knie zu gehen. Du rennst nicht rum. Ja, Reini, bestimmt. So, ich habe mir eine Kleinigkeit für mich gekauft. Äh, Mini-Dinger, die muss ich mit hochnehmen. Mini-Dinger? Ja, ich habe es lesen können. Es sind Mini-Windbeutel. Und du sagst, du hast das für dich gekauft. Für wen hast du denn den Rest gekauft? Glaubst du, die Ratten sind schneller in der Schanze und du wirst nichts abbekommen? Glaube ich nicht. Windbeutel sind natürlich ungesund, gehören zu den Lebensmitteln, die man möglichst vermeiden sollte. Leider geht mir jetzt der Platz bei der Pyramide aus, da das Dach schon voll ist. Deswegen setze ich es einfach oben drauf. Stellen wir uns vor, es ist eine sehr moderne Ernährungspyramide und die bekommt jetzt eine Solaranlage oben drauf. Die gehören eingefroren. Die werde ich wahrscheinlich nochmal zeigen, weil ich so dumm bin. Äh. Reini, nicht nochmal zeigen. Ich möchte das ja seriös einordnen können. So, dann eine, äh, zwei Gläser von dem Erbsen und, äh, Erbsen und Karotten. Zwei Gläser Erbsen und Möhren. Jetzt muss ich ja sagen, dass ich Erbsen und Möhren gerne esse, aber nicht aus dem Glas und aus der Dose, wenn sie vorher schon in dieser Flüssigkeit eingelegt waren. Das ist echt nicht mein Fall. Äh, frisch oder tiefgefroren kann man nämlich mit Erbsen, Lorcken, Möhren auch frisch. Das Zeug mag ich nicht wirklich. Auch hier bei diesen Erbsen und Möhren im Glas haben wir das Problem, wie auch schon beim Blaukraut oder Rotkohl, dass es halt nicht nur das Gemüse ist, was, ähm, verkauft wird, sondern es ist halt wieder Zucker beigesetzt, wie auch Speisesalz. Deswegen ist es eigentlich auch wesentlich ungesünder. Aus dem Grund werde ich die ganzen Sachen, die, ja, verarbeitet sind oder halt reine, äh, keine Vollkornprodukte waren, einfach mal eine Position nach oben setzen und, ja, die unverarbeiteten, gesunden Produkte bleiben da stehen. Das waren bis jetzt die Kartoffeln. Wenn wir den Zwischenstand der Pyramide jetzt betrachten, merken wir, wir haben ein Fundament aus Kartoffeln und ich glaube, die Pyramiden in Ägypten würden nicht bis heute stehen, wenn das auch so mager ausgefallen wäre. Ein Päckchen Eier. Oh, was Besonderes. Eier. Karotten. Die Eier kommen auf die Stufe, auf der auch Milch und Käse sind, die Produkte, die von Tieren stammen und bei meiner nebenbei stattfindenden Recherche ist mir aufgefallen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Die Kartoffeln werden nämlich nicht bei dem anderen Gemüse mit einsortiert, sondern eine Ebene darüber, bei den Getreideprodukten. Da mir jetzt ein wenig der Platz ausgeht, habe ich dieses mürige Kartoffelsymbol einfach mal dazwischen geballert. Dann ein Glas Mayonnaise. Ja, wo sich Mayonnaise wohl befinden wird. Das wird wohl nicht zum Fundament des Ganzen passen. Es gehört zu den Ölen und Fetten und wir haben jetzt eine Verbindung zwischen dem mobbligen Mittelbau und dem Dach. Immerhin. Mayonnaise. Okay. Dann das gehört obendrauf auf dem Kühlschrank ein Päckchen Toastbrot. Hervorragend. Mal wieder ein Produkt aus dem Bereich der Getreideprodukte. Man hätte sich an der Stelle natürlich auch für Vollkorntoast entscheiden können. Leider nein. Leider gar nicht. Es ist natürlich wer die ungesunde Variante. Und wieder dazu geklatscht. Dann heute mal ausnahmsweise weil ich eben wie gesagt auf Angebote geschaut habe zwei Päckchen solche Wurst da habe ich mir ein paar mehr gekauft der Rest wird eingefroren. Zwei Pakete solche Wurst ich weiß nicht was ist es Leona oder Bärchenwurst oder Gesichtswurst da kann man sich bei Rheine ja nie so ganz sicher sein. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung kommen die Fleisch und Fischprodukte auf dieselbe Stufe wie auch die anderen Produkte von Tieren es ist natürlich nur eine sehr grobe Ernährungspyramide gerade eine Unterscheidung Fischsorten gibt es viele die gesund sind Fleisch gerade dieses hochverarbeitete ist natürlich weder wird nicht wirklich gesund ich packe es mal trotzdem mit auf diese Stufe so dann habe ich mir Bacon gekauft ja da bleibt mir auch nicht keine andere Wahl nach dieser Pyramide zum Beispiel geht es natürlich auch auf diese Stufe obwohl man natürlich gerade bei Bacon sagen muss es ist extrem fettiges Fleisch es ist eher ungesund und ich würde es mehr wahrscheinlich zu der Stufe darüber packen nichts nichtsdestotrotz kommt es jetzt erstmal dahin und drei Päckchen Käse von dem ich wahrscheinlich auch die Hälfte einfriere aber erstmal kommen die in den Grühlschrank schauen wir mal wie es läuft das war Tüte Nummer zwei drei Päckchen Käse kommen dazu je nachdem was das jetzt für Käsesorten sind mit um die 40% Fett ist es natürlich auch eher ungesund und sollte weniger konsumiert werden als andere tierische Produkte aber ich halte mich in die Tabelle und pack es da rein gut Kühlschrank zu Klappe zu aber wir tot der Kühlschrank ist zu vielleicht kommen wir ja jetzt mal zu den ganzen frischen Produkten weil bis auf die Kartoffeln hatten wir jetzt noch nichts dabei was nicht verarbeitet ist oder ja gesund wäre nach oben zur Gefiltruhe ich glaube nicht dass wir Gemüse und Obst jetzt sehen das eingefroren wird ich gehe mal ganz stark davon aus dass wir jetzt bergeweise Eis und andere Süßigkeiten sehen werden oder gefrißt schrank vielmehr ein glänlicher Anblick oder nicht wenn wir fertig sind so wie schon gesagt die werden eingefroren die hatten wir ja schon die hat er uns ja schon gezeigt am Anfang deswegen brauche ich die nicht nochmal eintragen so Schwarzbrot nochmal Schwarzbrot ich würde mal behaupten es ist eher Graubrot vielleicht wird es in Medelfranken auch anders ausgesprochen oder anders genannt ich weiß es nicht es ist natürlich auch wieder verarbeitet es hat vielleicht einen Vollkorn Anteil könnte deswegen gesünder sein aber ich packe es dann mal zu den anderen Weizengeschichten dazu der Mittelteil der Pyramide wird breiter und breiter der Kopf ist auch schon ganz schön groß geworden das Dach mehr oder weniger aber der Unterbau das Fundament das sieht noch dürftig aus ich habe mich getäuscht es ist ein Gemüse dabei was gesundes tatsächlich sogar Mettenten genau damit die Hater wieder schön Mett werden richtig das kommt auch wieder nach der Vorgabe des Bundeszentrum für Ernährung in die dritte Zeile richtig schön Mett werden Rheidi bist du nicht der der immer Mett wird was haben wir denn da Pizza natürlich darf die Pizza nicht fehlen fertig Pizza natürlich sowas wird auch nicht selber gemacht man kann furchtbar leckere und gesunde Pizza machen wenn man einen Teig anrührt der einen Vollkorn Anteil von zum Beispiel drei Vierteln hat dazu halt eine selbstgemachte Tomatensauce und dann einen Belag der gemischt ist aus verschiedenen Sachen natürlich nicht zu Käselastig dann ist das Ganze wirklich gesund und man kann es auch mal öfters essen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben bei Pizzen streiten sich jetzt die Geiste bei einigen Ernährungspyramiden wird es recht weit oben einsortiert als hochverarbeitetes Lebensmittel bei den meisten jedoch irgendwo zwischen den tierischen Produkten dadurch dass auch Fleisch mit dabei ist in diesem Fall und den Produkten in der Ebene darunter bei den Getreideprodukten es gibt ja auch moderne Pyramiden wo die Getreideprodukte und die tierischen Produkte die Position getauscht haben also dass man mehr tierische Produkte als diese Getreideprodukte essen soll aber wir lassen das dabei und ordnen das Ganze es gibt ja mehrere davon auch irgendwo dazwischen an das ganze Bild bekommt meiner Meinung nach immer mehr und mehr Charme sieht zwar immer noch nicht aus wie eine Pyramide dafür überdeckt das Rheini teilweise sehr schön wirklich gesund ist es natürlich so nicht jetzt geht's gleich wieder los mit dem Hate Leona ne Fleischwurst ne einfach ist das wurscht was war das jetzt schon wieder in Rheinis Kopf das macht ihn fertig oder nichts desto trotz ein tierisches Produkt deswegen wird es auch da rein sortiert auch wenn es natürlich wieder hoch verarbeitet und damit wesentlich ungesünder ist so weißt der Bescheid Schnitzel wieder hochverarbeitete tierische Produkte ab rein in die Zeile vor allem Gemüse was gesundes hervorragend frisch wäre natürlich besser auch ökologisch aber besser als Fertigpizza oder ähnliches Rosenkohl noch mal Gemüse wieder Ticker kann mich auch an Aussagen von Reini erinnern dass er gerne mit frischen Produkten kocht ob er damit frische Tiefkühlprodukte meinte ist mir jetzt nicht ganz so klar aber naja es ist seine Ansicht und seine Welt wir leben nur da drin noch mal Mettenten wir wollen richtig schön Mett machen Reini du siehst immer weiter aus wie eine Mettwurst wenn du dich mit solchen Zeug vollstopft naja egal nächster Punkt zu tierischen Produkten selbstverständlich wieder hoch verarbeitet wieder ausgemacht die ganze Wurst willst du den Wurst ich glaube die hatten wir unten schon ich pack die jetzt nicht noch mal dazu Pommes gehören zwar zu den Kartoffeln logischerweise nichtsdestotrotz werden sie als so ungesund angesehen gerade Reini er macht sie ja nicht im Ofen mit Umluft sondern frittiert sie kommen in die oberste Stufe zu den ganz ungesunden Sachen damit muss er sich zumindest keine Gedanken um seinen Energiebedarf machen eher so um die Vitamin Zufuhr so ihr habt euch bestimmt schon gefragt was willst du mit dem ganzen Gemüse du frischst doch echt kein Gemüse für die Leute natürlich auch an Schweinebraten Das habe ich jetzt nicht verstanden Will er jetzt das Gemüse zum Schweinebraten essen? Keine Ahnung War ein Witz, den nur Reini versteht Und das nächste Element bei tierischen Produkten Ebenfalls von Ja, weil kein Angebot Natürlich Ja ist ja auch der Metzger der Bio-Metzger deines Vertrauens der vegane Ja-Bio-Metzger deines Vertrauens logischerweise So Kroketten Ja, würde ich dann auch mal in die Richtung packen wo auch die Pommes liegen Werd nämlich auch schön frittiert Ab und neid damit Und zu guter Letzt dürfen natürlich die guten Cordon Bleus nicht fehlen Ja Cordon Bleu würde ich dann auch mal zu den tierischen Produkten packen obwohl es natürlich paniert ist Es wird am Ende ordentlich frittiert bei Reini Man müsste es eigentlich wesentlich höher packen aber aus Kulanz kommt es mal dahin Natürlich auch vom Metzger weil Reini auf sowas achtet Deswegen ist er ja auch bei Tierschutzorganisationen und ähnliches So Und im Klartext heißt es aus dem Auge aus dem Sinn Damit verabschiede ich mich Halt rein bis zum nächsten Mal und kauft auch mal ordentlich ein Man braucht nämlich was zu Hause Genau Ein super Tipp Kauft mal ordentlich ein Kauft frisches Gemüse Obst ist auch preiswerter als manche andere hochverarbeitete Produkte Nehmt euch mal die Zeit zum Kochen Das macht nämlich auch Spaß gerade am Wochenende auch abends mit eurem Lieblingskasper mit eurer Lieblingsmulle Ich muss sagen ich habe auch viel fertig verarbeitete Produkte gerne gegessen Hab das immer irgendwann umgestellt während Corona da hatte man ja ein bisschen mehr Zeit Ja und ich habe das Kochen für mich entdeckt und ich muss sagen es schmeckt wesentlich besser und es ist noch gesünder und es ist auch preiswerter So Ja Reini Was machst du denn jetzt schon wieder da? Ich dachte wir sind fertig Mir ist auch aufgefallen dass das Video jetzt noch zwei Minuten geht Was hast du uns zu erzählen? Es ist mir noch alles spät abends Ich versuche jetzt gerade das Video zu schneiden Und dir ist aufgefallen dass du alles aufgegessen hast und musst jetzt wieder zum Rewe Wo ich euch gezeigt habe was ich mir alles zu essen gekauft habe Mir ist eine Sache aufgefallen Ich habe im Video etwas vergessen Und zwar einmal das hier Sauerstoff für meine Einer der legendärsten Schlaganfälle von Reinis ganzer Vita Den schauen wir uns nochmal an Ganz großes Kino Das hier Sauerstoff für meine Er den Mundwinkel dabei verzieht Für meinen Zodastream Steht auch noch drauf Ich Idiot Und Sage ich nicht zu Außerdem Ja Licht spinn ruhig rum Ein Übelster Packen Milch Zwölf Willst du mich verscheißern? Wo soll ich jetzt noch zwölf Packen Milch hin tun? Egal Wo ein Wille Da auch ein Weg Ich habe es jetzt mal da Reingepackt Reini zeigt uns ja eh seinen schlecht beleuchteten Keller Wir verpassen glaube ich nicht viel Ob wir jetzt diese sehr eigenartige Pyramidenstruktur sehen Oder halt sehr dunkle Räume Ist eigentlich egal Ach ja Die Energies gehören nicht dazu Die habe ich geschickt bekommen Wie Reini Das gibt es ja wohl nicht Die Energies jetzt nicht Die gehören nicht zu deinem Einkauf Wollen wir die nicht trotzdem dazu packen? Uns fehlt nur noch ein gesundes Fundament Aus bergeweise Zucker Na gut Lassen wir es raus So Danke dafür übrigens Reini Glaub mal nicht Dass du dich bedanken musst Dafür Dass du Dass du so ein Zeug erbettelst Deine Lebensmittel Naja Nennen wir es mal Lebensmittel Dieses Ungesunde Zuckerzeug Was du dir Massenweise reinschüttest Wahnsinn So Ja Nur so viel noch als Info Damit ihr alles Auch Wisst Und das hinterher heißt Ich habe die jetzt vergessen Das war Wahrscheinlich hast du immer noch Was vergessen Übrigens tolle Videoqualität Man erkennt noch den Umriss Deines Schwelles Aber es ist halt Ziemlich ziemlich dunkel Und auch alles Durchgehend verwackelt In diesem Video Hervorragend Das ist Qualität Wirklich alles Ha So kann man sich täuschen Wir sind noch nicht fertig Ich möchte nämlich noch Ich glaube mit Ernährung Sind wir jetzt fertig Ich glaube die Pyramide gerade Ich lasse die mal eingeblendet Stört nicht so ganz Aber Reini zeigt uns jetzt Eine Deutschlandfahne Mit einem Adler in der Mitte Was möchte uns Reini Jetzt mitteilen Kurz was aufklären Weil ich genau weiß Dass die Hater wieder versuchen Mir das irgendwie Dumm hinzustellen Falls ihr die Flagge Reini wir müssen nicht versuchen Dich dumm hinzustellen Im Game ist das deine Aufgabe Und die erfüllst du voll und ganz Hintergrund gesehen habt Mit dem Bundesadler darauf Das hat nicht Ja das ist Deutschlandfahne Der Bundesrepublik Deutschland mit dem Adler in der Mitte Kein Problem Reini Was möchtest du uns jetzt sagen Hast du aus Versehen die Fahne gegessen Das ist mit Nationalsozialismus zu tun Der Bundesadler ist das deutsche Wappen Und ich weiß nicht Ob das immer noch als Wappen gilt Aber diese Flagge ist auch gut Naja sagen wir mal 14, 15, 16 Jahre alt Die habe ich mir gekauft Als ich 14, 15 war Die gab es damals ganz regulär In der Norma zu kaufen Einmal ohne Einmal mit Und ja Nur um das kurz nochmal klar zu stellen Diese Flagge Hat nichts mit Nationalsozialismus zu tun Das ist eine ganz normale Flagge Die ich einfach ganz normal im Laden kaufen konnte In einem normalen Laden In einem ganz normalen Supermarkt Dankeschön Reini Wie kommst du da drauf Ist das wieder die Haterstimme in deinem Kopf gewesen Die dir gesagt hat Die Hater werden jetzt sagen Dass du irgendwie ein Rechter wärst Wenn du eine Deutschlandflagge In deiner Wohnung Oder in deinem Haus Hängen hast Natürlich ist das kein Problem So eine Fahne hängen zu haben Das ist die Fahne Des demokratischen Staates Bundesrepublik Deutschland Kein Thema Irgendwas treibt dich doch an Was dir sagt Die sind wie hinter mir her Sie werden mir irgendwas vorwerfen Ganz komisch Was in deinem Kopf vorgeht Reini Schönen Abend euch noch Schönen Tag euch noch Haut rein Tschö tschö Ja Tschö tschö Und wunderschöne Geräusche Machst du so im Video Achja Und falls ihr euch wundert Warum der Bundesadler In die falsche Richtung guckt Das fällt mir jetzt gerade erst auf Das fällt dir jetzt auf Ja Weil du die Fahne wahrscheinlich Falschrum aufgehängt hast Man kann das auch ändern Aber Das wird nicht passiert sein Bis die Schanze abgerissen wurde Bin ich mir zu mich sicher Ich hab die Flagge Falschrum aufgehängt Das ist mir gar nicht aufgefallen Bisher Wie Ja herzlichen Glückwunsch Dazu Reini Es sieht Oder wie man sieht Ist auf der falschen Seite Der weiße Streifen Der weiße Streifen Wo die Löcher sind Fürs Aufhängen Gehören eigentlich Auf die andere Seite Glaube ich Ja Das ist richtig Reini Andersrum wäre es richtig gewesen Schade Du hast es versucht Genauso wie du versucht hast Gesund einzukaufen Ist nicht ganz geglückt Und unsere Pyramide Wird glaube ich Zu keiner mehr Das Fundament Was aus viel Wasser Tee Kaffee ohne Milch Und Zucker Und nicht Zucker Mit ein bisschen Kaffee Und Milch Bestehen sollte Ist nie existent Wir haben ein paar Gemüse Die hochverarbeitet sind Wir haben Irgendwelche Ja Weizenprodukte Die alle Auch keinen Vollkorn Enthalten Bergeweise Fleisch Und Milch Und Käse Danach Fettige Und ölige Produkte Ganz ganz wenig Und dann noch Einen Berg Obendrauf Mit süßen Produkten Mit fettigen Produkten Die maximal ungesund sind Und die man Möglichst vermeiden sollte Eine richtige Ernährungspyramide Wäre es ja am Ende Eh nicht geworden Deswegen habe ich es jetzt mal Ein bisschen umgestaltet Ich finde mit ganz ganz viel Fantasie kann man sich auch Vorstellen Was es sein soll Wir hatten jetzt Qua kein Wasser dabei Aber die Sodastream Kartusche Die Schlaganfälle Auslöst Die habe ich mal Weit unten platziert Damit man noch Die Wasserbeine Schön simulieren kann Ja Das ist es halt am Ende Wirklich gesund Ist es nicht Aber dafür viel Ich hoffe es hat euch Trotzdem Spaß gemacht Gerne ein Abo dalassen Wenn ihr mehr wollt An Videos Gerne auch einen Kommentar schreiben Ich lese sie alle Und falls ihr vergessen habt Bei wem ihr eigentlich seid Du heißt Rüdiger heißt du? Genau Ihr seid beim Rüdiger Rüdiger